Super Mario Brothers 3 Jetzt geht's weiter Und zwar mit unserer nächsten Welt Es ist die... Ich zeig's euch Welt Also ich zeig euch welche Welt So, zack Die riesengroß Welt Also die mega über krass Welt Das ist voll Hammer Was man hier alles so bekommt Für Sachen Leider ist die Feder nicht... Ah, das Blatt Nicht größer Und man kann sogar auf diese Wolken hier springen Das sieht irgendwie... Das sieht man auch Und hier, hier kann man drin schwimmen Muss man aber nicht So, und Bäm Boah, Alter Wie ich große Blöcke zertrümmere Das ist ja mal der Hammer So, was ist hier drin? Noch eine Feder Okay Äh, die ist sogar sehr nützlich grad Haha So, das kann ich leider nicht tun Schade So Kann ich da rein? Nein Nein, ich kann nicht in diese Riesenröhre rein Nö, nö Ach was Das ist ja... Das geht ja gar nicht Wie soll man denn da rein? Ups Das war nix So, aber jetzt nochmal Äh, doch nicht Mano Jetzt aber in diese Riesenröhre Nö, doch nicht Und da auch nicht rein Okay Aber in diese kleine Röhre kommt man Ist das nicht toll? Düdüdüdüdüdüdüdüdüm Ja, ich spiel Super Mario Und das ist toll Lalalala Oh, die Musik ist schon weg Das ist voll nicht nett Fünf Leben haben wir bekommen Hurra Ich glaub bis zu den 99 Wär ich nicht mehr kommen Das wär ein bisschen zu Krass So Und da ist wieder unser Denk dir Äh, nee Denk dir, wo ist das Zeug? Rätsel Da? Ja Okay, jetzt kann ich kaum noch was falsch machen Na Ich kann doch noch was falsch machen Shit Welches davon war jetzt? War's das? Nein, das war das andere Mann, jetzt hab ich nicht aufgepasst Oh mein Gott Das ist so fail So Jetzt haben wir wieder Blub, blub, blub Runter Fall Action Und Was ist hier? Da komm ich nicht rein Aber ich krieg ne Feder Obwohl ich schon eine hab Ich brauch keine Federn Blätter Mei Oh, wie ich es immer wieder vergeige Dass das ne Blatt ist und keine Feder Wupp Und hopp und hopp und Was? Das war's schon? Mann Das geht aber heute schnell wieder Wusch Obwohl die Welt riesengroß ist Sind wir ziemlich weit schon Drei Minuten rum Schon zwei Level geschafft Hm Schade Das ist So Dann wollen wir mal so freundlich sein Und dieses Ding hier mitnehmen Warum auch nicht Komm, komm, zack, zack Gib mir ne Box Gib mir ne Box Gib mir die da Es ist nur ein Pilz Oh Mann, oh So Was hab ich denn alles schon für Gegenstände? Oh, ich hab schon meine zweite Seite wieder angefangen Wuhu 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 Oh, geil Ich hab's geschafft Was zum Achso, jetzt komm ich da unten rein Ah Ah Ja, stimmt Dieses Level war wieder eins dieser Untergrundlevel Die voll nett sind und so Bloß nicht zu mir So Und Bäm Wusch Flieg Engelchen Flieg Flieg Fall Wow Stacheln Ganz böse Viecher sind das hier Wow Und einmal drüber gesprungen So Komm ich hier hoch irgendwo? Wenn ich genug Anlauf hätte Ja Bestimmt Und hoch Hoch Ist da irgendwas? Ich will's wissen Ich will es wissen So und Zack Und hoch Hoch Und da ist was Ich hab's gewusst Ich hab's gewusst Da ist was Da würde was sein Wow War knapp Und Jetzt Hoch da Komm schon Komm schon Komm schon Münzen 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 Ja toll Münzen halt Ich hätte mir ja mehr erhofft Aber naja Man will ja bescheiden sein Und Zack Und der kommt da Der Pilz Den Den kriege ich Und ich hab ihn Wow Ist da oben noch irgendwas? Nein Aber das Aber das Da ist eine Münze Und Wusch Was war das grad? Ich hab doch eigentlich Ach egal Hilfe Diese Dinger sind böse Die können einen runterstoßen Das geht doch nicht Könnt ihr mir doch nicht antun So Hier Durch die Rühre Und Sprung So Wieder ein Level Geschafft Ah Das geht doch schön Das geht doch fein voran So Jetzt haben wir hier wieder ein Schloss Und wenn ich gut bin Komme ich sogar mit dieser Feder durch Was ist das? Ah Das sind Flammen Was machen diese Flammen? Wow Puh Damit hätte ich jetzt fast nicht gerechnet Aber ich hab Damit gerechnet Äh Was haben wir da? Äh Wä? Oh wie geil Oh wie geil Das Das schaffe ich Das schaffe ich Geheimweg Wow Wow Böse Flammen Böse Flammen Die können laufen Die laufen Die sind böse Wow Zack hoch Und ich hab ne Feder Wieder Gekriegt So So Da hinten ist was Da ist ein Rohr Ich will dieses Rohr Ich will zu diesem Rohr Ich will noch weiter Was ist da hinten? Oh Warte Nein Da will ich nicht hin Ich will in dieses Rohr Will ich das wirklich? Ich will Ich komm da nicht rein Gut 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 Dann will ich zu diesem Vieh Ich weiß zwar nicht Was jetzt in den Rohren gewesen ist Aber Macht ja nicht Aha Ich hab was vergessen Ich wollte auch noch was zeigen hier Dann zeige ich es beim nächsten Bäms Also bei der nächsten Beim nächsten Castle Dann zeige ich beim Bei dem Boss dort drin Was man so schönes machen kann Wenn man Langeweile hat So Was haben wir hier drin? Ach ja Genau das So So jetzt einfach drücken 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 Äh Und wir haben ein Eine Pilzblume Eine Blume von den Beatles Mit diesem Pilzkopfding halt Oh Gott Ein riesen Wasserlevel Mit einer kleinen Wolke Mit einem Lakito drauf Hopp Wo Wer sich erinnert Lakito ist der Typ Der die Kamera hält Bei Mario 64 Und was haben wir hier? Oh Ein Geheimgang Du 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 Oh 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 jetzt aber schnell Ich komm da nicht mehr hin Ich komm da nicht mehr hin Ich hab's nicht mehr geschafft Och man Naja was soll's Macht ja nix Bäm Bäm Ich mach euch alle kaputt Ihr Steine Was ist da noch? Ah da ist noch so Oh natürlich Ja warum auch nicht Stimmt Klar Warum sollte das auch nicht so sein So Zack Mh Äh Ach egal Mehr braue ich nicht So Ach und übrigens Für die die es noch nicht gesehen haben Die Münzen die werden hier als Dollar angezeigt Was ja schon in Super Mario World Gar nicht mehr der Fall ist Wopsa Wopsa Die ganze Zeit unten lang Dann kann man nicht viel falsch machen Komm ich da rein? Nö Und hopp und hopp und Ups Und hier durch Nö Nö Wow Knapp ey Und hoppa Uuuuh Hilfe Die wollen mich töten Wow So Und wir sind durch das Level wieder durch Und wenn ich Glück hab Krieg ich jetzt wieder 5 Leben Yeah Ich krieg 5 Leben Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö es wird ein Fehler sein. Nee, ja, hm, brauche ich eh nicht. Ich will das Froschkostüm mal wieder haben. Das Froschkostüm ist geil. Das sieht so süß aus. So. Was haben wir hier? Da, 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 dumm. Boah, war das schwer? Das war jetzt, das war, das hat Können verlangt. So, und jetzt auf der Wolke stehen bleiben hat auch Können verlangt. Was, da sind insgesamt drei von den Viechern? Ist ja geil. Da, 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 dumm, 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 dumm. Ey, bevor die Musik richtig losgeht. Oh, ich hab ne Wolke gekriegt. Geil. Bevor die Musik überhaupt richtig losgeht, hab ich den schon verkloppt. Das ist irgendwie sinnlos, oder? So, wir machen mit der 5 weiter. Tü, 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 tü. Was? Den hat man nicht gesehen. Den auch nicht. Also, das auch nicht. Ja, ein Pilz. Kein großer Pilz, aber er macht mich größer als vorher. Damit ich in der großen Welt auch bestehe. Wow. Ich glaube, das sind explodierende... Also irgendwann explodierende... Nein, das sind Lenkraketen! Geil! Das ist ja auch nicht schlecht. Lenk... Lenkraketen? Ist das doof. Wärmesuchraketen wahrscheinlich. Oh, doch nicht. Nicht so ganz. Und hopp! Was ist da oben? Ich will es! Was war das? Was ist da? Da ist nix! Es ist nicht irgendwie... Es kam da nix. Bäm! So, und... Dass das Ding umdrehen würde, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ist das geil. Wuh! Und wieder ein Stern. Ey, wenn das so weiter geht, dann mache ich ordentlich Leben. Hier. So. Ja, jetzt verpiss dich. Genau. So, jetzt hole ich mir wieder mindestens ein Leben durch einen solchen Pilzkopf. Nee, doch nicht. Es ist ein... Oh! Pilzpflanzenstern! Halb Pilz, halb Pflanze, halb Stern halt. Oh! Oh, ich dachte schon, wir wären mal wieder in einer normal großen Welt. Nein, wären wir nicht. Sind wir nicht. Ist nicht. Oh, geil. Da gibt's ein Leben! Da gibt's ein Leben! Ich will dieses... Ich hab das Leben! Ne, 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 ne. Und die Münzen hab ich auch. Oh mein Gott. Ah! Ah! Das ist... Das ist dieses Level, was ganz lustig ist, weil, wenn ich jetzt durch diese Tür gehe, dann komm ich in eine Welt, da ist alles kleiner! Äh, eine Anspielung auf dieses Level gibt's auch hier, oder besser gesagt sogar auf diese Welt, gibt es in, ähm, Super Mario 64 mit der, ähm... Aua! Da ist ein Stern! Geil! Mit der... Wie heißt die nochmal? Ähm... Gulliwagumba oder sowas. Genau, Gulliwagumba hieß die Welt. Das ist so ne... Mann, ho! Jetzt will ich was erklären, jetzt bin ich voll schlecht. Nein, Gulliwagumba, also das ist diese Welt, in der es möglich ist, entweder groß oder klein zu sein. Je nachdem, wie man's möchte, je nachdem, in welche... in welches Bild man springt. Weil, wer's noch weiß, Mario 64, Bilder springen und so. So, ich... Ich benutze jetzt mal die große Variante. Bam! Dann mach ich halt alle groß fertig. Äh, was? Wow, ich dachte schon. Ich dachte schon, da kommt man gar nicht mehr raus. So. Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. So. Äh! Moment. Nein. Ich werd Anlauf nehmen. Ich werd richtig Anlauf nehmen. Wenn's sein muss. Damit ich... Nein! Ich hab einen Pilz gekriegt. Ich wollte einen Stern haben. Ja, okay. Wird nix mit den fünf Leben jetzt... Diesmal... Oh, da gibt's wieder dieses Mergrätsel. Toll, 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 toll. Diesmal krieg ich's hin! Also hier war ein Stern. Nein, ich krieg's wieder nicht hin. Stern, Stern. So, jetzt haben wir's. Und jetzt kann ich... Mehr kann ich eh nicht machen, weil dann fliege ich so oder so aus dem Rätsel raus. So. Jetzt mach ich noch diesen Freund Blase hier. Ich mag die Musik, dieses Hammer-Brush-Theme, äh, Theme. Ah, Theme, warum sag ich immer Team? Es ist echt schlechtes Englisch. Wusch, ich nehm das da. Es ist ein Blatt. Hm, schon wieder eine neue Seite angefangen? Cool. So, mal gucken. Nehm ich mal was? Ich nehm mal was. Ich mach mal das da. So, dann bin ich nicht ganz so hilflos. So, jetzt kommen wir wieder in ein Schlösslein-Castlevania-Ding rein. Ja, ich weiß, mit Castlevania hat Mario nun wirklich nichts zu tun. Ich bleib lieber groß. Ich hab nämlich noch was vor, heute.